Heute sind wir hier in den Flutmannhallen und zwar gebe ich hier einen kleinen Breakletics Workshop. Ja, Bilder sagen mehr als tausend Worte bzw. Videos. Also, damit ihr einen schönen kleinen Einblick in den Workshop bekommt, haben wir ein cooles Video für euch zusammengeschnitten. Schaut rein! Ich war positiv überrascht. Ich hatte keine Ahnung, was wir warten sollen. War geil. Empfehle ich euch. Macht's mal. Ich glaube, dass man sich langfristig damit sehr, sehr fit halten kann. Man wird halt wirklich motorisch fit. Man kann sich bewegen, man wird gelenkig dadurch, man wird athletisch. Ich finde das immer blöd, wenn man nur eine Übung, noch eine Übung, noch eine Übung und hier ist mehr so ein Flow drin. Das mag ich zum Beispiel auch. Es gibt eine simple Übung und die kann dann immer schwerer werden. Das finde ich ganz cool, weil dann kann man sich immer hocharbeiten. Das bleibt dann nicht stehen, das Training. So, erster Einblick. Kranke Scheiße. Wie ist da? Wie soll ich mich jetzt? Wie soll ich mich jetzt haben? Untertitelung. BR 2018